einen wunderschönen guten abend hier aus leipzig direkt von der games convention und wir sind hier mit einer giga games sondersendung und zwar der ersten offiziellen giga games award show und die heiße so schön das beste kommt immer zum schluss wir schließen diese großartige games convention mit diesem grandiosen award ab und wie es sich für einen award gehört hier sieht man die schönen pokale die kleinen trophäen schon mussten wir uns natürlich einen namen für diesen award ausdenken es gab ein kleines brainstorming bei uns in der redaktion erst hatten wir g punkt ja aber das wurde dann von der chef etage abgelehnt haben uns für den ja etwas konservativen aber wie ich finde doch sehr treffenden namen giga games award entschieden und was wäre eine award show ohne eine dazugehörige jury mittlerweile gibt es ja auch schon bei casting shows juries ja wir haben aber die wirklich ja wahrscheinlich fachkundigste jury der welt ohne dieter bohlen und ja dafür kann man dafür kann man ruhig klatschen sehr richtig vollkommen zu recht und zwar präsentiere ich hiermit die offizielle giga games award jury und zwar haben wir da für den pc bereich stellvertretend felix rick unser konsolero from hell and back again michael meider er hat sich in einer unglaublichen geschwindigkeit in die herzen aller max fans gespielt hier ist er nils und der shooting star aus der welt des elektronischen sports der mann der schneller spricht als sein schatten daniel bullmann jetzt ist aber natürlich dieser games award nicht irgendein award nein es ist ein ding zwischen uns und euch ja oder zwischen euch und uns denn ihr hattet natürlich die möglichkeit bei uns auf der website 14 tage lang zu wählen und weil wir euch so lieb haben und weil ihr so geil seid da zählt eure stimme vierfach im gegensatz zu unseren netzreporter stimmen und das liegt ganz einfach daran dass wir vier bereiche haben es ist nicht so ganz einfach das system auf den ersten blick deshalb versuche ich es mal kurz zu erklären es ist ein wenig wie der grand prix der eurovision jeder bereich hat punkte zu vergeben das beste oder beliebteste spiel bekommt drei punkte das zweitbeste spiel zwei punkte ihr merkt die stimme ist langsam ja schon im urlaub und das drittbeste spiel bekommt ein punkt jeder netzreporter beziehungsweise jede jury mitglied hat stellvertretend für den bereich dann dreimal punkte vergeben und ihr habt punkte vergeben ihr habt gewählt je nachdem welches spiel am meisten stimmen bekommen hat war das dann drei punkte mal vier weil eure stimme zählt vierfach also zwölf punkte oder ja jetzt muss ich rechnen acht punkte stimmt's ja könnt ruhig ja ihr könnt ruhig klatschen wenn ich ausnahmsweise mal richtig rechne oder drei punkte so und daraus ergibt sich dann im endeffekt eine gesamtpunktzahl die den gewinner ausmacht es klingt komplizierter ich fühle mit allen die in mathe so beschissen waren wie ich ja ich habe auch nichts verstanden aber ich habe mir sagen lassen unsere nasa wissenschaftler und techniker haben das ganze approved wie es so schön heißt und ihr okay gegeben und wir fangen gleich an mit der ersten kategorie und das ist eine kategorie über die ich mich persönlich sehr freue es ist die kategorie best hero also der beste superheld in einem computer und einem videospiel und an der stelle sei noch mal erwähnt das ist das erste mal dass der pc bereich mit dem konsolen bereich gemeinsame sache macht denn wir haben uns gedacht letztendlich geht es nur um den spielspaß und nicht darum auf welcher plattform gespielt wird also freut euch gleich jetzt auf den besten hero systemübergreifend für alle plattformen wir sind gespannt wer das sein wird bis gleich nach der werbung geht es weiter mit den kategorien best atmosphere und best hero wir kommen zu unserer ersten kategorie hier beim ersten offiziellen giga games award und das ist die kategorie best hero ja was wäre ein videospiel ohne einen superhelden wahrscheinlich gar nichts und deshalb von pacman über super mario bros bis hin zu sam fisher gab es so viele heroes so viele superhelden es war nicht einfach wir hatten am anfang hatten ja zehn zur auswahl für euch gestellt mittlerweile wurde das ganze runter gewartet auf die fünf erfolgreichsten über 80.000 ja bewerber mitmacher haben quasi mitgemacht an diesem boot und da kann man sich mal angucken wie repräsentativ das ganze auch geworden ist 80.000 verschiedene leute also es waren nicht 80.000 leute oder 20.000 die vier mal geklickt haben sondern wirklich 80.000 verschiedene leute und wir sind natürlich gespannt wer es denn jetzt geschafft hat hier sind die fünf nominiert in der kategorie best heroes das waren unsere fünf nominiert und jetzt kommt es wirklich zur sache jetzt entscheidet unsere jury wie die punkte verteilung aussieht und anfangen wird der pc bereich felix rick ich frage dich wie habt ihr eure punkte verteilt also den ersten punkt oder einen punkt den wir ade und ich vergeben haben war für den könig des schleichens solid snake bekommt einen punkt geht natürlich noch weiter dann zwei punkte bekommt an der zahl dann max payne denn kaum ein anderer hatte coolere sprüche auf der lippe und wenn wir dann schon vom könig des schleichens reden müssen wir eigentlich auch schon zum kaiser oder ehrlich gesagt zum imperator des schleichens kommen und das gibt drei punkte für sam sam fischer drei punkte höchstpunktzahl vom pc bereich und damit sind wir natürlich jetzt gespannt wie der konsolenbereich die punkte vergeben hat michael vielen dank etienne this is the vote of the console jury das ist der vote der konsolenjury ich und der simon haben es wirklich überhaupt gar nicht leicht gemacht und haben ein bisschen geprügelt deswegen ist der simon heute auch nicht hier aber ich habe mich durchgesetzt und deswegen geht aus dem konsolenbereich genau ein punkt an sam fischer aber das haben wir eigentlich auch nur gemacht weil der pc bereich ihm so viel gegeben hat nein in wirklichkeit haben wir noch ein zwei typen gefunden die noch cooler waren denn wir haben insgesamt zwei punkte an den wirklichen weltbeherrscher des schleichens nämlich solid snake gegeben ja ich finde auch dass das eine gute entscheidung war allerdings bin ich mal gespannt wie drauf reagiert wenn wir drei punkte gegeben haben denn bei uns ganz ganz oben auf der liste steht max pain der typ ist einfach die coolste sau und deswegen nicht nur wegen bullet time auch einfach so und die story war hat uns so gut gefallen der typ ist richtig klasse also deswegen unsere drei punkte für maxi also der konsolenbereich überraschenderweise vergibt drei punkte an max pain max pain führt bislang mit fünf punkten mal sehen was kollege nils und der max bereich sich da ausgedacht haben nils bitteschön ja lieber eddie ich bin natürlich nicht alleine der max bereich denn der max bereich das ist auch mein sehr geachteter und geschätzter kollege patrick der jetzt hinten sitzt und sicherlich mitfiebert wie ich die punkte verteile der max bereich der kompetenteste ist nach konsole pc und e-sports der vergibt die punkte folgendermaßen ein punkt bekommt der konsolenschleicher solid snake aus dem max bereich zwei punkte ja und damit quasi in der mitte bekommt sam the man joshka fischer ja und obwohl ich den michael eigentlich nicht mag muss ich an einigen dingen eingestehen dass da doch durchaus mal ein glückstreffer landet denn der allercoolste held aller zeiten nicht nur dank bullet time sondern auch dank dunklem trenchcode ist in jedem fall max pain wow 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 also auch der max bereich gibt drei punkte an max pain damit kommen wir zu einem zwischenergebnis acht punkte max pain sechs punkte sam fischer und vier punkte solid solid snake und agent 47 und samus aran gehen bislang noch leer aus vielleicht ändert sich das jetzt mit dem vote vom booty man und dem e-sports bereich ja auch bei uns gab es natürlich harte diskussionen um die punkte verteilung und eigentlich wollte ich einem bestimmt einem bestimmten hero die volle punktzahl geben und zwar wäre das solid snake gewesen weil ich gedacht habe er wäre asiate aber du hast mich ja berichtigt und deswegen ein punkt für solid snake nur zum anderen haben wir sam fischer zwei punkte gegeben und der depressive erfinder der bullet time hat natürlich drei punkte verdient max pain als wanderer der zeit wow das musste klargestellt werden wow also dann fasse ich zusammen die giga games jury hat sich festgelegt max pain ist in unseren redaktionsräumen der beliebteste held vor sam fischer und solid snake aber noch ist nichts entschieden denn jetzt kommt eigentlich das wirklich spannende wie habt ihr da draußen gewählt wie gesagt eure stimme hat viermal gezählt das heißt alles kann sich jetzt noch ändern und wir sind sehr gespannt wie die community die punkte verteilt hat und wir fangen an mit vier punkten also dem schlechtesten spiel die an max pain kähen das ist interessant denn ihr seid da nicht mit uns auf einer linie ihr findet max pain nicht so toll als zweites habt ihr euch entschieden für solid snake acht punkte kommt damit auf ein ganzes von 13 jetzt wird es spannend zwölf punkte sind noch zu vergeben es kann also rein rechnerisch summa summarum drei im sinn nur noch sam fischer oder max pain schaffen wir sind gespannt trommelwirbel und ihr habt euch entschieden für sam fischer zwölf punkte gehen von der community an sam fischer und damit haben wir einen gewinner mit 20 punkten vor max pain die giga games jury wurde überstimmt und hier ist der gewinner klettermaxe sam fischer er schleicht er klettert und er macht sich unsichtbar nicht unüberraschend und natürlich haben wir ja Applaus für sam fischer sicherlich und natürlich haben wir auch jemanden der einen preis stellvertretend für sam fischer in empfangen wird denn sam fischer konnte an diesem abend leider nicht da sein hat noch zu tun ja er arbeitet gerade für seinen auftritt in splinter cell 3 ja mein gott so ist das mit den stars nun mal ja was kann ich dafür also sam fischer von ubisoft euer spiel des nein euer hio jetzt hätte ich ja nein das ist nicht das spiel des jahres oder mal gucken also es ist sam fischer euer held des jahres und deshalb darf ich jetzt benedikt schüler von ubisoft auf die bühne rufen so ja wo ist er benedikt herzlichen Glückwunsch dein preis und deine worte an die zuschauer ja herzlichen dank für den preis ich bin mir sicher dass sich das team in montreal ganz groß darüber freuen wird ich möchte mich bei allen bedanken die den preis möglich gemacht haben der jury aber ganz besonders natürlich bei euch und bei der community die hier abgestellten haben und sam fischer als coolsten helden hier nach vorne gestellt haben herzlichen dank dafür ja viel spaß mit dem preis wir hoffen natürlich dass das ganze dann an sam fischer zugeschickt wird der ist manchmal sehr zickig und wir haben auch keinen bock dass er dann in unsere giga games redaktion einsteigt und dann irgendwelche granaten wirft ja so jetzt machen wir weiter mit der nächsten kategorie und das ist die kategorie best atmosphere die beste atmosphäre in einem spiel best atmosphere ja ich hab das einfach mal so unterlegt mit meiner stimme ja natürlich gab es auch bei best atmosphere wieder zehn kandidaten ihr habt gewählt zwei wochen lang auf unserer website 80.000 leute haben entschieden am ende waren es dann nur noch fünf und die fünf atmosphärischsten spiele das sind unsere fünf nominees und die schauen wir uns jetzt erstmal an die nominierten in der kategorie best atmosphere das ist das ist das ist das ist das ist Хотя best atmosphere das macht spass ja die beste atmosphäre in einem computer und videospiel und natürlich fragen wir zuerst unsere jury was sie denn denkt, welches Spiel nun am atmosphärischsten war und wir fangen mal wieder an im PC-Bereich und zwar beim Felix. Felix, wie habt ihr euch entschieden? Auch das war nicht leicht. Kollege Adi und ich haben lange mit uns gerungen, bis wir uns dann einigen konnten und so sind wir dann auf das Ergebnis gekommen, dass Max Payne 2 auf jeden Fall einen Punkt verdient hat, denn kein Spiel hat so eine coole Film-Noir-Atmosphäre. Zwei Punkte und somit zweiter im PC-Bereich hat Far Cry aus dem Hause Ubisoft bekommen. Und haltet euch fest, drei Punkte hat der Kriegsshooter des letzten Jahres bekommen, Call of Duty aus dem Hause Activision, denn kein Spiel hat so gerockt in der Atmosphäre wie Call of Duty. Also der PC-Bereich geht zurück in den Zweiten Weltkrieg und gibt drei Punkte an Call of Duty. Was macht denn der Konsolenbereich? Der Konsolenbereich, auf dessen Meinung es eigentlich nur an der hat sich so entschieden, dass wir einen Punkt an Far Cry gegeben haben. Ein PC-Spiel, was wir ja tatsächlich auch als Konsolerus beide durchgezockt haben, von daher hat es das auf jeden Fall verdient. Lag unter anderem tatsächlich auch an der Atmosphäre. Dann aber wesentlich besser in unseren Augen Max Payne, The Fall of Max Payne. Natürlich wegen der Film-Noir-Geschichte, wie der Film gerade auch schön Man muss sagen, dass es echt eine richtig, richtig coole und krasse Atmosphäre war. Wirklich sehr, sehr beängstigend, aber fast noch beängstigender und noch beklemmender, und da waren wir uns auch wiederum mit dem PC-Lein einig, ist Call of Duty. Das ist unglaublich hier. Der PC-Bereich und der Konsolen-Bereich, die große Reunion hier durch den Giga Games Award. Ich glaube es nicht. Vielleicht knutschen der Felix und der Michael gleich noch. Zusammen auf dem rosa Couch sitzen sie ja schon. Jetzt kommen wir weiterhin zum Max-Bereich. Das sind natürlich auch Profis, wenn es um Atmosphäre geht. Ja, genau. Wir sind die wahren Profis. Ja, Eddie, wir sind natürlich die wahren Profis, wenn es um Atmosphäre geht. Auch, wenn wir nicht mit der Action mithalten können, die Felix und Michael Backstage immer zu bieten haben, wenn sie mal alleine und intim sein dürfen. Der Max-Bereich hat folgendermaßen gewotet. Einen Punkt bekommt der CWAT war neulich bei uns zu Gast. Far Cry. Und zwar für seine wundervolle Stimmung in einem topischen Ambiente. Zwei Punkte bekommt und das war ne ganz knappe Entscheidung. Wir haben lange mit uns gerungen, aber wir haben uns dafür entschieden. Zwei Punkte geht an den Weltkriegsshooter Call of Duty. Und drei Punkte also bei uns als Beste, als beste Atmosphäre abgeschnitten hat. Nicht nur aufgrund von Film Noir, sondern aufgrund der absolut genialen Szene in der Geisterbahn in diesem Irrenhaus. Und deswegen gehen drei Punkte an Next Pain 2. Der Max-Bereich outet sich hiermit als Film Noir-Fan. Max Payne zwei mit drei Punkten und jetzt kommt der Booty-Mann mit den letzten Punkten aus der Giga Games-Redaktion. Tja, also wie ihr ja wisst, der E-Sports-Bereich ist ein Platz der Vollendung, was Freude angeht und Optimismus. Doch trotzdem hat die depressive Stimmung in Max Payne uns dazu veranlasst, diesem Spiel einen Punkt zu geben. dann E-Sports geht ja gerne andere Wege. Haben wir uns beide für ein Spiel entschlossen. Splinter Cell 2 bekommt zwei Punkte, denn auch dort gibt es eine sehr geile Atmosphäre. Stealth League und ebenfalls Game of the Year Call of Duty kriegt drei Punkte, nicht nur aus E-Sports-Sicht, sondern auch aus atmosphärischer Sicht. Ja, das waren die Stimmen der Giga Games-Redaktion und jetzt kommen wir natürlich wieder zu euren Stimmen. 80.000 Leute haben gewählt, eure Stimmen zählen vierfach, alles ist noch offen, jeder kann gewinnen. Ihr habt euch entschieden, vier Punkte zu geben und zwar für Final Fantasy X das Rollenspiel von Squaresoft beziehungsweise von Square Enix. Acht Punkte gehen an Far Cry. Ja. Zwölf Punkte momentan Far Cry in der Führung, allerdings gibt es jetzt noch zwölf Punkte zu vergeben und die können alles ändern und die gehen an Call of Duty. 23 Punkte für den Weltkriegsshooter von Activision. Call of Duty ist eurer Meinung nach auch das Spiel mit der besten Atmosphäre. Call of Duty unter anderem das Spiel des Jahres geworden und völlig zu Recht eine unglaublich beklemmende Atmosphäre und da sind wir uns einig mit der Community Call of Duty hat gewonnen und ich darf unseren nächsten Gewinner auf die Bühne rufen Bernd Reinhardt von Activision. Bernd, dein Preis oder euer Preis dein Mikrofon. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht was ich so richtig sagen soll. Ich bin stolz dass wir gegen solche Hochkaräter in der Kategorie Best Atmosphere mit Call of Duty gewonnen haben. Vielen, vielen Dank an die Fans, an unsere Community. Ich werde den Preis gerne an unser Team weitergeben, an Infinity Awards und für alle Leute ab Oktober das neue Add-on Pacific United Call of Duty für euch. Danke. So, und jetzt geht's gleich weiter mit den zwei nächsten Kategorien und das ist Best Sequence die beste Sequenz Spielsequenz wie immer die auch aussehen mag in einem Computer und Videospiel und da werden sich die Maxer ganz besonders drauf Frauen Best Mod ja das gibt's gleich bis gleich Nach der Werbung geht es weiter mit den Kategorien Best Sequence und Best Mod Der Giga Games Award Alle Infos auf Giga.de Wir sind zurück hier aus Leipzig vom ersten offiziellen Giga Games Award und wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie und das ist Best Sequence Ja meine beste Sequenz das waren 30 Sekunden aber ok der dauert ein bisschen Wir machen wie gesagt jetzt weiter mit bester Sequenz über eine Best Sequenz in einem Spiel das ist ein Streitbegriff war auch bei uns in der Redaktion was ist eigentlich eine Sequenz ja zu einer Sequenz zählt eigentlich alles was man selber nicht spielen kann sage ich mal eine Zwischensequenz ein CGI Render Intro eine Zwischensequenz sie kann aber auch aus Polygon Figuren bestehen die einfach nur einen Dialog miteinander haben alles hat gezählt und wir hatten 10 Nominees und davon wurden nur noch 5 in die engere Auswahl gewählt von euch natürlich und wer das ist das sehen wir uns jetzt an hier sind die 5 Nominees in der Kategorie Best Sequenz Onimusha 3 sicherlich ein nicht so bekanntes Spiel bei allen aber eine tolle Intro Mafia der Klassiker auch für Konsolen mit tollen Zwischensequenzen Far Cry der Ego-Shooter aus aus dem Hause Crytek besticht auch hier mit tollen Zwischensequenzen und Max Payne 2 viel Atmosphäre zum Beispiel durch die Comic-Sequenzen und zu guter Letzt Final Fantasy 10 mit unglaublichen Render Intros und Zwischensequenzen ja und jetzt sind wir natürlich gespannt wie die Giga Games Jury entschieden hat und wir fangen wie immer an beim PC-Bereich beim Felix Felix wie habt ihr euch entschieden bei der Kategorie Best Sequence ja auch in dieser Kategorie mussten dann Adi und ich wieder viel diskutieren und konnten uns dann dennoch auf ein oder eher gesagt drei Ergebnisse einigen ein Spiel mit wunderschöner Grafik das zwar keine Render-Sequenzen hat und deshalb einen Punkt Far Cry zwei Punkte gehen an ein Spiel das es vor längerer Zeit auch auf dem PC gab jetzt endlich auf Konsolen gibt dort vielleicht nicht ganz so eingeschlagen hat dennoch fantastische Zwischensequenzen hat und das ist zwei Punkte für Mafia und der absolute Favorit im PC-Bereich im Bereich Sequenz fällt auf mit drei Punkten auf Onimusha 3 ja ich war selber gerade erstaunt dass der PC-Bereich drei Punkte an Onimusha 3 gibt wirklich Respekt ich sag's ja das ist ja eine neue Freundschaft zwischen PClern und Konsoleros unglaublich aber auch ein wirklich sehr schönes Intro bin ich mal gespannt was der Konsolenbereich jetzt macht vielleicht drei Punkte für Far Cry das wäre ja mal lustig Michael ja da werdet ihr voll neugierig was der Konsolenbereich so Anwertungen rausgehauen hat ich weiß auch nicht woran es liegt wir haben es mit den PClern ja tatsächlich nicht abgesprochen aber irgendwie sind wir tief im Herzen sind wir tief im Herzen dann wohl doch alle Zocker beziehungsweise alle PCler wollen eigentlich Konsoleros werden aber darum geht's nicht es geht um unsere Punkte und ich muss ja auch sagen bei der Kategorie Sequence haben wir es uns auch wirklich nicht leicht gemacht es geht ja nicht nur um gerenderte Geschichten sondern auch Zwischensequenzen in Game Grafik und überhaupt eigentlich auch um so eine Story Führung und deswegen sind wir tief 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 in uns gegangen und anders als der Felix das gerade gesagt hat haben wir uns Mafia das war auf der Konsole nicht wirklich spielerisch viel Spaß gemacht hat aber von den Zwischensequenzen wirklich richtig klasse war als Einser-Kandidaten rausgesucht also ein Punkt für Mafia dann wird die Luft aber auch langsam ein bisschen dünn denn zwei und drei Punkte müssen wohl überlegt sein und wir haben wirklich sehr sehr lange hin und her überlegt und deswegen hat eigentlich ein Spiel jetzt von uns zwei Punkte bekommen das problemlos auch drei hätte bekommen können denn es ist eine Serie die schon seit Jahren dafür bekannt ist die fantastischsten gerenderten Sequenzen zu haben nämlich Final Fantasy 10 eigentlich wäre es wirklich mein Top-Kandidat in dieser Kategorie gewesen aber es kam dann ein Spiel was mich und auch den Simon wirklich sowas vom Hocker gerissen hat mit der Anfangssequenz dass wir es uns teilweise nachts nochmal extra aufgestanden sind und es nochmal angeguckt haben weil wir es so geil fanden und deswegen drei Punkte genauso wie der PC-Bereich für Onimusha 3 und damit ein kleines Zwischenergebnis sechs Punkte jetzt für Onimusha 3 das wirklich ein grandioses Intro hat da sind sich die Konsoleros und die PCler mal wieder einig und ich bin gespannt was der Max-Bereich jetzt dazu zu sagen hat Nils bitteschön zunächst einmal möchte der Max-Bereich seine Verwunderung darüber äußern dass Simon und Michael nachts aufstehen und sich Zwischensequenzen angucken trotzdem manchmal stehe ich sogar nachts auf und gucke mir ein Intro an ok ich glaube mehr wollen wir an dieser Stelle auch nicht wissen dann sind wir wieder bei Best Atmosphere so der Max-Bereich der steht auf einen Titel ganz besonders und das liegt natürlich nicht nur am Vornamen sondern das liegt einfach an der großartigen Qualität dieses Spiels und deswegen vergibt der Max-Bereich in Zusammenarbeit natürlich mit meinem Kollegen Patrick einen Punkt an Max Payne 2 The Fall of Max Payne zu Recht möchte ich sagen zwei Punkte also ich finde es gibt zwei Spiele die auf jeden Fall zusammen ganz weit oben stehen und alle anderen Titel so ein bisschen distanziert haben aber dann doch relativ deutlich musste sich auf den zweiten Platz geschlagen geben Final Fantasy 10 und definitiv eine der besten Sequenzen die ich in meinem Leben als Gamer jemals gesehen habe das hat folgendes Spiel auch wenn es ein Konsolentitel ist das ist Onimusha 3 Wow Onimusha 3 ein fast schon Exot obwohl es sich wirklich gut verkauft hat aber bislang der absolute Redaktionsrenner bei uns und da bin ich mal gespannt ob das sich durch unseren E-Sports-Vote-Budimann geändert hat sag's mir Lieber Etienne der E-Sports-Bereich muss man an der Stelle sagen hat eine fast hundertprozentige Connection zu dem Max-Bereich denn auch wir haben für Max Payne einen Punkt gegeben ja einmal Handshake Nils Patrick in Ehren des weiteren Final Fantasy 10 sehr genial zwei Punkte von uns auch auch der elfte Teil natürlich heiße Anwetter vielleicht für die nächsten Jahre für die nächsten Awards und auch von uns und ich glaube du hast es vergessen wir haben Onimusha 3 auch drei Punkte gegeben nein ich habe überhaupt nichts vergessen Onimusha 3 wirklich grandios Sequenz die sie da vollbracht haben dafür auf jeden Fall hätte ich auch zehn Punkte hingegeben ja Budi ich habe es natürlich nicht vergessen sondern nur verdrängt ja und damit kommen wir jetzt natürlich zu den Stimmen die die Community die ihr abgegeben habt 80.000 Leute haben gewählt und wir sind ganz gespannt wie das Ganze dann ausging und wir fangen an mit den vier Punkten die habt ihr gegeben für Far Cry ja Far Cry woher wusstet ihr das sehr richtig das Publikum sehr aufmerksam hier auf der Games Convention an der Stelle sei das kurz erwähnt das ist ein kleiner Insider für uns hier in Leipzig ja vier Punkte gehen an Far Cry Best Sequence ist hier die Kategorie man muss das wirklich immer gesondert bewerten auch wenn Far Cry ein tolles Spiel hat die Sequenzen können vielleicht nicht so gut mit anderen Spielen mithalten wir sind gespannt was habt ihr denn als zweites als zweitstärksten Titel in der Kategorie Best Sequence bewertet das war ich schaue auf meinen auf meine schlaue Kristallkugel acht Punkte gehen an Mafia okay das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht hätte ich jetzt nicht gedacht aber okay acht Punkte an Mafia damit elf Punkte und ich rechne das Ganze jetzt nochmal kurz für euch vor wir haben fünf Punkte für Far Cry sechs Punkte für Final Fantasy elf Punkte für Mafia zwei Punkte für Max Payne und zwölf Punkte für Onimusha drei so da die Stimme unserer Zuschauer vierfach zählt gibt es jetzt noch zwölf Punkte das heißt gewinnen könnte theoretisch noch jeder ja also wir sind gespannt wer hat zwölf Punkte bekommen von euch von unseren Zuschauern und das war Trommelwirbel Final Fantasy 10 Final Fantasy 10 holt sich den Pokal in der Kategorie Best Sequence und wir haben natürlich auch hier einen kleinen Einspieler der Gewinner Final Fantasy 10 Final Fantasy 10 ja wenn Squaresoft eine Sache kann dann sind es die Zwischensequenzen und ich darf unseren Gast Sascha Appel auf die Bühne bitten wer den Preis stellvertretend für Sony natürlich in Empfang nehmen wird herzlichen Glückwunsch das ist der Pokal Achtung ist schwer nicht runterfallen und da dein Wort Anli Massen ja ist ja der Wahnsinn hier erstmal vielen Dank an alle an euch ich hoffe dass ihr mit der Serie Final Fantasy schon immer viel Spaß gehabt habt und hoffentlich auch in der Zukunft viel Spaß haben werdet ja vielen Dank an euch erstmal ans Publikum und an die grandiose Messe hier in Leipzig und dem tollen Stand von NBC Giga ich denke das ist ein Applaus wert und dieser Award gilt natürlich ja den Entwicklern von Square leider Gottes werden wir den elften Teil ja nicht machen von Sony Computer Entertainment oder haben nicht gemacht aber hoffentlich der nächste der zwölfte und dann online fähig von Sony Computer Entertainment vielen Dank viel Spaß noch auf der Messe und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag Dankeschön ja Klasche Appel nimmt den Preis in Empfang für die beste Sequenz in einem Computer und Videospiel Final Fantasy X und wir machen direkt weiter mit einer Mod die wirklich eine mit einer Mod verdammt mit einem Award ja jetzt so erzähle ich übrigens auch Witze ich sag den Poernte immer zuerst und dann kommt die Story das ist nicht immer leicht ja jetzt habe ich schon verraten wir machen weiter mit einem Award der wirklich mir auch sehr am Herzen liegt und vor allen Dingen auch den Maxern und zwar ist es Best Mod die beste Modification und das Spannende daran ist natürlich dass das von Leuten wie du und ich kommt ja also von Profi-Programmierern und deshalb sind wir sehr gespannt wir hatten auch hier 10 Mods zur Auswahl am Ende konnten sich 5 durchsetzen anhand eurer Votes und das sind die 5 Nominees Oh ich höre gerade wir haben keine Nominees doch wir haben Nominees wir wollen die Nominees wir wollen die Nominees wir wollen wir wollen wir wollen die Nominees ja kommen die jetzt sonst lese ich sie vor kann ich auch mal ich kann lesen da ist die Max danke die Nominees in der Kategorie Best Mod Best Mod Death Ball für UT 2004 Desert Combat für Battlefield 1942 Eve of Destruction ebenfalls für Battlefield 1942 und Frag Ops für Unreal Tournament 2004 und last but not least Natural Selection für das gute alte Half-Life eine sehr schöne Kategorie sehr viel schöne Mods das Schöne an Mods ist sie sind kostenlos wie auch der Felix in dem Sinne Felix wie war die Punktvergabe im PC-Bereich auch hier war es nicht leicht für Adi und mich so eine Mod kann nicht nur ein Spiel Spaß verlängern nein es kann sogar teils besser sein als das Vollpreisspiel selbst und was richtig Spaß gemacht hat und deshalb einen Punkt bekommt ist Natural Selection dann geht es weiter mit einem Kandidaten der selbst bei einigen Leuten Battlefield Vietnam den Rang abläuft ist allerdings nur eine Mod und deshalb gehen zwei Punkte an Eve of Destruction und die Nummer 1 Mod im PC-Bereich von Adi und mir beschlossen mit drei Punkten ist Desert Combat für Battlefield 1932 Desert Combat drei Punkte aus dem PC-Bereich und jetzt bin ich sehr gespannt wie der Konsolen-Bereich das Ganze bewertet hat denn viele werden das gar nicht wissen der Michael und der Simon sind begeisterte Modder ja genau jede Mod kennen die jede Mod Michael wie sieht es aus? manchmal stehen wir sogar nachts auf und programmieren noch kurz eine Mod das ist wirklich so ich meine was sollen wir noch sonst machen so nachts ich meine Intros gucken oder Sequence gucken wäre total unsinnig nein ich gebe tatsächlich zu dass Mods nicht unbedingt ein Steckenpferd von mir sind und deswegen habe ich meinen Kollegen daran erinnert dass er eine dunkle Vergangenheit als Maxer hat und derer hat er sich erinnert und hat deswegen ein klein wenig in seine Erinnerung gekramt und ich habe mich dann einfach mal seiner Entscheidung angeschlossen und deswegen jetzt hier von uns die Punkteverteilung für die Nominees können wir noch mal dieses wir wollen die Nominees wir wollen die Nominees wir wollen die Nominees na gut abgesehen davon haben wir schnappi nein abgesehen davon haben wir einen Punkt an Desert Combat vergeben das stößt nicht auf Begeisterung offensichtlich ok vielleicht jetzt zwei Punkte haben wir an Natural Selection verteilt ich glaube der Simon liegt völlig daneben mit seiner Wertung na gut jetzt aber drei Punkte vom Konsolenbereich der durch Kompetenz auch in der Mod Szene glänzt Eve of Destruction die Vietnam Mod für Battlefield 1942 bekommt drei Punkte vom Konsolenbereich und wir machen direkt weiter mit dem Bereich der nun mal die Hosen an hat wenn es um Sachen Mods geht und mit Mods meine ich in dem Fall nicht Moderation sondern Modifications Nils ja ich freue mich schon den ganzen Abend auf diesen Bereich denn es ist ja sowas wie die Königskategorie die Homecoming Queen unter den Awards es geht natürlich um den Max Bereich und wir haben uns folgendermaßen entschieden einen Punkt bekommt von uns die wundervolle sehr spaßige Modifikation Death Ball für Unreal Tournament einen Punkt mehr und damit zwei Punkte und die Entscheidung fiel uns auch nicht ganz leicht bekommt eine sehr beliebte Mod für Battlefield 1942 und das ist Desert Combat ja ein wenig weniger aktuell als das Szenario von Desert Combat ist im Moment der für uns die für uns beste Mod und bekommt damit auch drei Punkte das ist die Dschungel Modifikation das ist Eve of Destruction zurück nach Vietnam drei Punkte vom Max Bereich von den Mod Profis an Eve of Destruction ich fasse zusammen zwei sechs acht drei sieben neun jetzt habe ich glaube ich hier irgendwas falsch gedrückt nein so stimmt ich fasse zusammen momentan Eve of Destruction mit acht Punkten vorne und jetzt kommt es natürlich drauf an wie habt ihr da draußen gewählt wir haben einen riesengroßen Mod Bereich bei uns im Max Bereich und was oh es ist in Ordnung denn ich habe tatsächlich den E-Sports Bereich vergessen mehr Kulpa es geht natürlich auch im E-Sports Bereich um Mods Counter Strike selbstverständlich damals als Mod angefangen hat sich dann in jeder in jedes E-Sports herz reingemausert und dadurch auch in dieser Kategorie natürlich sehr sehr positive Stimmen von uns unter anderem geht nämlich ein Punkt an die Fun Mods Deathball die verdammt viel Spaß macht dann Mark wird sich daran erinnern können und diejenigen die Mark mochten werden jetzt seine Tränen wegdrücken zwei Punkte für Desert Combat und ihr denkt es euch vielleicht schon erneut ist der E-Sports Bereich mit den Maxern auf einer Wellenlänge EVE of Destruction kriegt drei Punkte von uns ja großer E-Sports Titel von welchem Bereich nochmal ich habe den Namen auch vergessen tut mir leid verdammt ja natürlich drei Punkte für EVE of Destruction das heißt die GIGA Games Redaktion hat klar Stellung bezogen elf Punkte für EVE of Destruction acht Punkte für Desert Combat drei Punkte für Natural Selection die gute alte Mod für Half-Life und zwei Punkte für Deathball und jetzt kommen wir zu dem ich habe mich da schon so drauf gefreut das wollte ich eben noch sagen zu dem was ihr gewählt habt wir haben einen großen Mod-Bereich ich habe es eben schon gesagt bei uns im Max-Bereich und wir haben natürlich tausende Downloads von unseren Mods die Maxer beschäftigen sich mit nichts anderem als mit diesen Mods und ihr ladet sie runter ihr testet sie ihr seid letztendlich diejenigen die wirklich Ahnung haben deshalb sind wir sehr gespannt wie ihr die Punkte vergeben habt wie gesagt eure Punktzahl zählt vierfach und deshalb schauen wir mal wem ihr vier Punkte gegeben habt eure vier Punkte gehen an Frag Ops ja die ersten vier Punkte für diese Mod acht Punkte gehen an Eve of Destruction wow 19 Punkte jetzt für Eve of Destruction und jetzt sind wir in einer sehr spannenden Situation denn zwölf Punkte sind noch zu vergeben und wenn ich das ausrechne dann kann es eigentlich nur noch Desert Combat schaffen sofern sie jetzt die volle Punktzahl von euch da draußen bekommen hat diese tolle Mod zwölf Punkte eventuell für Desert Combat dann hätten sie 20 und werden haarscharf an Eve of Destruction vorbei oder aber Eve of Destruction gewinnt und zwölf Punkte gehen von unseren Zuschauern an Desert Combat tatsächlich 20 Punkte Desert Combat hat es tatsächlich geschafft und ja da waren wir dann uns ausnahmsweise mal fast einig mit der Giga Games Redaktion fast 19 Punkte für Eve of Destruction hier ist die Best Mod Desert Combat und wir haben zur Kategorie Best Mod gleich zwei Empfänger unseres Preises und zwar ist das der Frank Grade und Dirk Schülgen beide von Electronic Arts die natürlich Battlefield 1942 zu verantworten haben Glückwunsch euer Preis Dankeschön ja vielen vielen Dank es macht einen unglaublich stolz hier stehen zu dürfen und diesen Preis entgegenzunehmen wir konnten euch mit Battlefield echt ein fantastisches Produkt liefern aber wer das groß gemacht hat das wart ihr die mit ganz viel Kreativität tolle Mods gemacht haben wie Desert Combat und einfach das Spiel sehr sehr viel spaßiger gemacht haben das hätten wir selber nie gedacht dass das passiert und ich kann euch versprechen das geht im nächsten Jahr mit Battlefield 2 auch so weiter aber weil ich aber weil nicht wir diese Mods gemacht haben sondern ihr bin ich eigentlich der Falsche also dieser Preis gebührt nicht mir sondern dem Desert Combat Team die können leider nicht hier sein heute deswegen übergebe ich den Preis stellvertretend an den Community Manager für Battlefield 2 und der wird es dem Team zukommen lassen vielleicht sagst du noch was Frank vielen Dank im Namen des ganzen Mod Teams euer Applaus euer Preis dankeschön die beste Mod Desert Combat für Battlefield 1942 und jetzt geht es gleich weiter mit den zwei finalen Kategorien und das ist zum einen der Please Release Award ja die Spiele auf die ihr ganz besonders wartet und natürlich noch der Award für das beste Spiel für Best Game bis gleich nach der Werbung geht es weiter mit den Kategorien Please Release und Best Game der GIGA Games Award alle Infos auf GIGA.de der GIGA Games Award und wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende und wir kommen zu den zwei ja Königsdisziplinen des GIGA Games Awards deshalb sind sie auch zum Schluss und wir fangen an mit dem besten Award oder dem Award für das Spiel auf das sie am meisten wartet vielleicht sozusagen der Most Wanted Titel der Please Release Award und natürlich hatten wir hier ganz viele Spiele eine Riesenliste an Spielen die angekündigt sind auf die wir alle alle Zockerfans seit Jahren seit Monaten vielleicht seit Wochen warten und es ist natürlich eine ganz spannende Sache wer es da geschafft hat und vielleicht hat das ja ein wenig Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess ja das wäre ja zum Beispiel im Fall von Duke Nukem Forever ganz lustig zu sehen vielleicht können wir die ja vielleicht können wir die Gesamtentwicklungszeit ja auf 20 Jahre reduzieren aber ich will ja nicht zu viel versprechen wir schauen uns erstmal an wer die fünf Nominees sind in der Kategorie Please Release Resident Evil 4 von Capcom ein ganz heißer Konsolentitel Half-Life 2 von Milk ein Spiel auf das ihr auf jeden Fall alle wartet Metal Gear Solid 3 für Playstation 2 Stalker ebenfalls ein heißer Ego-Shooter und natürlich Halo 2 der Master Chief den wollen wir schließlich alle wieder sehen ja es ist natürlich auch immer wieder spannend zu sehen worauf warten eigentlich die Jungs aus der Giga Games Regie aus der Giga Games Redaktion aus der Giga Games ja Postannahmestelle und natürlich auch aus dem Giga Games Studio und deshalb hier die Punktevergabe des Giga Games Teams Felix bitteschön eigentlich müsste man im PC-Bereich ganz klar sagen Duke Nukem Forever gewinnt allerdings haben Adi und ich uns gedacht man muss realistisch sein Duke Nukem Forever wird wahrscheinlich nie kommen und deswegen fangen wir an mit einem Punkt der geht an Stalker ein Punkt für den Gussischen Ego-Shooter etwas begehrter im PC-Bereich auch wenn es wahrscheinlich Jahre später eine halbherzige Umsetzung für den PC kommen wird zwei Punkte für Halo 2 und der absolute Favorit von Adi und mir ganz klar mit drei Punkten Half-Life 2 ja drei Punkte für Half-Life 2 das war jetzt nicht unbedingt überraschend aber vielleicht ja auch gerechtfertigt mal gucken was die Konsoleros sagen es sind ja auch ein paar Konsolenspiele dabei Michael es sind eine Menge Konsolenspiele dabei wenn ich mal ganz kurz drüber fliege sind es tatsächlich 3 zu 2 also hat Konsole gewonnen wieder einmal das Leben ist gerecht und wir sind es auch und das Publikum sowieso und deswegen freue ich mich euch zu verkünden wie es denn bei uns aussieht und zwar sieht es gut aus wir sind nämlich eine tolerante Gemeinschaft von zwei Teufelskernen und deswegen geben wir einen Punkt tatsächlich an ein PC-Spiel nämlich Half-Life 2 ja ich kann die Buhrufen verstehen ich weiß da hat sich der Simon auch so ein bisschen durchgesetzt ich hätte mir nichts gegeben na gut durchgesetzt jetzt haben wir uns aber auch und vor allem auch durchgerungen haben wir uns auch dazu Resident Evil 4 zwei Punkte zu geben und natürlich natürlich bekommt ein Konsolenspiel von uns drei Punkte und auch diesmal muss ich zugeben dass mein Kollege ein klein wenig dafür gesorgt hat mich davon zu überzeugen dass drei Punkte an Halo 2 gehen ja das kommt ja jetzt nicht wirklich überraschend zwei Punkte und drei Punkte Halo und Resident Evil ja das war glaube ich Simons Werk also es gibt nur zwei Pappfiguren die er noch nicht in seinem Zimmer stehen hat und Halo also der Master Chief und Resident Evil Pappfiguren gehören nicht dazu ja okay dann machen wir weiter mit dem Max-Bereich und schauen mal worauf sich die Maxer so freuen ja die Maxer freuen sich auch so einiges für einen Punkt freuen wir uns auf jeden Fall für ein Spiel das ich am Freitag vorab schon mal anspielen konnte drüben beim Xbox-Stand und da ging es um Halo 2 ein Punkt für Halo ja damit wollen wir aber auch die Gefilden der Konsoleros verlassen und wir widmen uns dem was seine Schatten vorauswirft die Schatten von Chernobyl wenn man so will zwei Punkte gibt es für Stalker ja und die Wörter Release und Free die liegen ja nicht umsonst dicht nebeneinander denn wir warten auf Gordon Freeman und Half-Life 2 Half-Life 2 auch drei Punkte aus dem Max-Bereich und damit kommen wir nicht zu vergessen zum E-Sports-Bereich und dem Booty-Mann und ich bin sehr gespannt wie da die Punkteverteilung war tja was soll man sagen natürlich E-Sports wartet auf einige Spiele Half-Life 2 unter anderem natürlich allerdings hat ein Spiel ein Konsolenspiel an der Stelle muss man einmal ganz kurz bemerken und einen Punkt aus den Fingern saugen können und zwar ist das Halo 2 sehr guter E-Sports-Titel hat Zukunft bitte releasen dann müssen wir sagen ein bisschen entgegen unseres Bereiches denn auch wir also das heißt Eddie und ich wir lieben Schockerspiele weil jetzt gerade Doom 3 natürlich wieder sehr aktiv da pullern wir uns gegenseitig in die Hose also rein theoretisch Entschuldigung nein Resident Evil 4 2 Punkte ja da kriege ich auch da kriege auch ich einen roten Kopf das tut mir leid und selbstverständlich das worauf alle E-Sportler warten vielleicht die Erlösung für einen CS-Sterben Half-Life 2 3 Punkte das wird das werden goldige Zeiten wenn dieses Spiel endlich mal auftaucht ja wir kommen somit zur Halbzeit beim Please Release Award und ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz anmerken wir pieseln uns nicht gegenseitig in die Hosen wir bescheißen uns nur gegenseitig nein beim Zocken was ihr immer denkt das ist unglaublich ja die Gigagames Jury hat sich entschieden 10 Punkte für Half-Life 2 Half-Life 2 liegt da mit vorne nur die Consoleros wehren sich noch etwas hartnäckig gegen diesen Uber Titel haben nur einen Punkt gegeben merkt euch die Gesichter einfach aber wir kommen jetzt natürlich zu euren Votes 80.000 Leute haben gewotet und wir sind natürlich gespannt wem ihr die vierfache Punktzahl gegeben hat wir fangen an mit vier Punkten und die haben bekommen Halo 2 Halo 2 kommt damit auf 11 Punkte 8 Punkte gehen von den Gigagames Zuschauern an Stalker Oblivion Lost das ist schon mal Gleichstand für Halo 2 und Stalker aber gewinnen kann letztendlich nur einer und das ist in der Regel der der von euch die 12 Punkte kriegt und das ist Gordon Freeman Half-Life 2 22 Punkte please release Half-Life 2 Ja das kommt nicht unerwartet sage ich mal Half-Life 2 eines der meisterwarteten wenn nicht sogar das meisterwartete Spiel aller Zeiten und ich darf Jan Häusel von Vivendi Universal auf die Biene bitten die die Freude haben dieses Spiel publishen zu dürfen ich würde gerne mit euch tauschen Glückwunsch jeder Preis Vielen Dank für diesen Award ein Award für eine nicht erbrachte Leistung aber auf jeden Fall ein riesiger Motivationsschub für uns alle Vielen Dank an die Redaktion von GIGA und natürlich allen die mitgewordet haben ich wünsche allen noch viel Spaß auch in den letzten zwei Stunden dieser Veranstaltung und vielen Dank Ja der Please Release Award Half-Life 2 und damit kommen wir zur Königsdisziplin zum Finale des GIGA Games Award und zwar ist das natürlich die Kategorie Best Game das beste Spiel Konsolen und Plattform übergreifend ja ihr hört richtig wir haben diesmal keine Unterscheidung Playstation Xbox Game Boy PC Nein wir haben gesagt es gibt Spiele und uns ist egal wenn man sie einfach spielen würde ohne zu wissen worauf welches macht am meisten Spaß und in dieser Kategorie gab es 20 Spiele zur Auswahl die wurden dann runtergevotet und wir haben mittlerweile 5 Nominees und wir sind alle sehr gespannt wer überhaupt diese 5 Spiele sind die es in die engere Auswahl geschafft haben hier sind sie die Nominees für die Kategorie Best Game die Nominierten in der Kategorie Best Games Unreal Tournament 2004 Need for Speed Underground von EA Knights of the Old Republic von BioWare ein großartiges Rollenspiel Far Cry der Ego Shooter aus Deutschen Landen und Call of Duty von Activision und Infinity Ward die ja schon einen Preis hier für Best Atmosphere gewonnen haben ja das wird richtig spannend gleich aber ihr kennt das längst wir fangen jetzt erstmal an mit der Punktevergabe der Jury und gucken mal wie sich die Jungs im PC Bereich so gemacht haben Felix wem habt ihr eure Punkte gegeben die Kategorie Best Game war sehr sehr hart umkämpft und es war wirklich sehr spannend wir wussten bis zu guter Letzt nicht ganz genau was wir nehmen sollten haben uns dann allerdings doch geeinigt deswegen geht ein Punkt an Knights of the Old Republic hat sehr sehr viel Spaß gemacht kam ja etwas später als die Xbox Version zwei Punkte und damit zweiter oder zumindest im PC Bereich für Best Game Award ist Need for Speed Underground aus dem Hause Electronic Arts aber ganz klarer absoluter Favorit im PC Bereich Far Cry Ja drei Punkte für den Ego-Shooter Far Cry von Crytek und damit geben wir direkt weiter an die Konsoleros an den Vertreter des Konsolenbereichs Michael wie habt ihr vergeben die Punkte Ja auch wir haben es natürlich bei dieser Kategorie nicht leicht gemacht ist schließlich die Königsdisziplin wenn es um den Award geht Bestes Game da muss man schon richtig was in der Hose haben um da mit ganz vorne mit dabei zu sein Problem ist natürlich auch gewesen dass es ja eine zeitliche Beschränkung gab wir konnten natürlich keine Spiele nehmen die jetzt demnächst bald erst rauskommen nein die mussten ja schon draußen sein und durften auch nicht zu alt sein und da haben wir uns ab und zu nachts mal den Wecker gestellt sind dann aufgestanden und haben überlegt was ist das beste Spiel und was dabei rausgekommen ist ist folgendes von uns dem Konsolenbereich gibt es einen Punkt für Far Cry ein Spiel was wirklich richtig richtig Bock gemacht hat und wir warten auch schon sehnsüchtig und hätte eigentlich auch beim Please Release Award mit reingepasst auf Far Cry Instinct aber darum geht es nicht es geht darum dass wir zwei Punkte auch wiederum tatsächlich für einen PC Titel rausgehauen haben nämlich für Call of Duty ja kaum zu glauben aber tatsächlich war doch das absolute beste Spiel für Simon und mich im sagen wir mal vergangenen Jahr war eindeutig Knights of the Old Republic von BioWare wir sehen hier im Hintergrund auch gerade Jade Empire laufen das nächste Spiel wo wir uns drauf freuen aber dieses Jahr auf jeden Fall drei Punkte Kotor ja drei Punkte an das Rollenspiel von BioWare vom Konsolenbereich aber man muss dazu sagen das Spiel ist ja für beide Plattformen entschieden also Konsolen und PC insofern auch hier wieder die Friedenspfeife geraucht vom Konsolenbereich und dem PC-Bereich und wir sind sehr gespannt wie der Max jetzt seine Punkte verteilt hat also der Max-Bereich nicht der Max zu rechts lieber Handy denn direkt gefolgt von der Königsdisziplin Best Mod ist natürlich Best Game die zweitwichtigste Nominierung am heutigen Abend und deswegen haben wir auch mit besonderer Vorsicht gewertet und einen Punkt bekommt sicherlich nach gestrigen Grand Slam 3 nicht zu Unrecht Unreal Tournament 2004 ja das hat wirklich gerockt gestern muss man nochmal an dieser Stelle sagen so zwei Punkte bekommt von uns ein Spiel das heute schon diverse Zähler auf seinem Konto hat zumindest was die Wertung des Max-Bereiches angeht und zwar ist es Call of Duty und wer das beste Spiel ist da mussten wir dann nicht allzu lange überlegen ich denke für den Max-Bereich war das wirklich klar und zwar gewinnt bei uns drei Punkte der Sommer-Hit Far Cry drei Punkte somit an Far Cry und wie hat der E-Sports-Bereich in der Kategorie Best Game die Punkte vergeben lieber Budi schändliches aus der Sicht eines E-Sportlers denn ich werde es jetzt schon mal verraten die beiden E-Sports-Titel die wir natürlich auch gestern gesehen haben Need for Speed Underground und auch Unreal Tournament 2004 sind punktlos ausgegangen das heißt die Leute die das Spiel mögen tut uns leid aber diese Kategorie Best Game das muss man halt auch wirklich einfach mal aus anderer Sicht betrachten E-Sports ist einfach Uber dieser Kategorie aber trotzdem ein Punkt geht an Call of Duty musste sein Uber E-Sports-Fort dann zwei Punkte wir beide sind ja aus dem E-Sports-Bereich fanatische Star Wars Fans und deswegen natürlich Kotter Knights of the Old Republic da saßen wir stundenlang vor und natürlich als Kinder der Sonne und auch des Sommers drei Punkte für Far Cry für ein Match wo wir uns einfach gedacht haben das haut uns aus den Socken aus deutschem Hause ein unglaublich genialer Shooter natürlich auch E-Sports-fähig und deswegen diese drei Punkte Ja und damit haben wir ein kleines Zwischenergebnis zehn Punkte für Far Cry momentan ganz in der Gunst der Giga Games Redaktion und fünf Punkte für Call of Duty sechs Punkte für Knights of the Road Old Republic und Need for Speed Underground und Unreal Tournament etwas abgeschlagen und als nächstes kommt natürlich euer Vote aber ihr kennt das wir sind hier beim Fernsehen und deshalb geben wir kurz ab an die Verbraucherinformationen und dann wird es gleich nochmal spannend denn ihr entscheidet letztendlich wer das beste Spiel ist wer den besten Game Award wer den Best Game Award bekommt das alles gleich nach der Werbung Nach der Werbung geht es weiter mit der Auflösung der Kategorie Best Game der Giga Games Award alle Infos auf Ich halte sie in der Hand die letzte Trophäe des heutigen Abends der Award für das beste Spiel 2004 die Giga Games Redaktion hat bereits gewählt sie hat ihre Punkte vergeben und jetzt wird es richtig spannend denn jetzt kommt natürlich die Punktevergabe unserer Zuschauer über 80.000 Leute haben sich daran beteiligt die Punkte zählen vierfach das heißt nichts ist entschieden wir sind sehr gespannt wie diese Punktvergabe jetzt aussieht ich fasse noch mal kurz zusammen wie der Stand der Dinge momentan ist vor dieser Punktevergabe momentan Lieb Far Cry mit 10 Punkten vorne dicht gefolgt von Knights of the Old Republic mit 6 Punkten und Call of Duty mit 5 Punkten Need for Speed Underground hat 2 Punkte Unreal Tournament hat 1 Punkt und 4 Punkte wurden vergeben von euch da draußen an Call of Duty Call of Duty ist damit schon ausgeschieden denn Far Cry hat bereits jetzt schon mehr als Call of Duty jetzt wird es spannend 8 Punkte das kann auf jeden Fall nochmal für Need for Speed Underground Knights of the Old Republic und Far Cry ganz ganz wichtig werden Unreal Tournament würde es in dem Fall nichts bringen und wir schauen wer hat 8 Punkte von euch bekommen es ist Need for Speed Underground damit haben wir Gleichstand zwischen Far Cry und Need for Speed Underground Ego-Shooter oder Rennspiel das ist hier die Frage aber da 12 Punkte vergeben werden kann auch theoretisch noch ja Knights of the Old Republic und sogar noch Duty gewinnen ja also es wird ganz spannend an wen sind die 12 Punkte gegangen Trommelwirbel wäre jetzt nicht schlecht ich mache mir eh gleich in die Hosen also will ich euch nicht länger auf die Folter spannen 12 Punkte von den Giga Games Zuschauern gehen an und damit auch der Award für Best Game Far Cry das beste Spiel 2004 Far Cry von Crytek der Ego-Shooter aus Deutschland und damit wieder wieder ein Preis für Ubisoft und Benedikt Schüler den ich hiermit auf die Bühne bitten darf herzlichen Glückwunsch Dein Award Ja umso schöner umso schöner noch dass es aus einem deutschen Entwicklerstudio kommt nämlich Crytek und das soll es gewesen sein mit dem Giga Games Award wir haben sechs schöne Preise verteilt sechs schöne Spiele haben gewonnen ich darf die Jury nochmal hier nach vorne bitten auch mal einen kleinen Applaus für die Jury und natürlich und natürlich auch ein Applaus für unsere Zuschauer da draußen die ja auch mitgemacht haben ohne die das natürlich auch nicht möglich gewesen über 80.000 Leute haben mitgewählt danke das war es vom ersten Giga Games Award vielleicht wollt ihr auch noch was sagen seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis Far Cry naja alle sind Sieger auch wenn einer nur gewinnen kann man ja jede Menge gute Spiele dabei naja alle keine Ahnung was sagst du denn also ich bin dafür dass wir ein Konsolen Award nächstes Jahr machen vielleicht vielleicht gibt es als nächstes den Konsolen Award das war es auf jeden Fall mit dem ersten Giga Games Award macht's gut ciao und tschüss ciao Giga Games Speed Visions Intelligen Giga Games